Von den kleinen Zeichen, die der Prophet Al-Israel vorhergesagt hat, sind schon unheimlich viele geschehen. Unheimlich viele geschehen. Voraussagen, die der Prophet Al-Israel gemacht hat, die haargenau passiert sind, so wie er sie vorausgesagt hat. Ich gebe ein Beispiel. In dem Hadith Jibril, den ich eben genannt habe, fragt Jibril, also der Engel Gabriel, den Propheten auch, über die Stunde. Wann ist der jüngste Tag? Dann sagt der Prophet Al-Israel, in diesem berühmten Hadith aus Sahih Muslim, Sahih Muslim ist die zweitstärkste Hadithquelle, das heißt, wo Aussagen des Propheten erwähnt werden, da sagt er, Der Gefragte weiß darüber nicht mehr als der Fragende, also wann der jüngste Tag genau ist. Dann verkünde mir von ihren Zeichen. Und dann sagt er folgendes, dieser Hadith ist so bekannt, Warum ist ausreichend von all diesen Zeichen, die der Prophet vorausgesagt hat, diese Sache so verbreitet worden? Guck mal. Er sagt, dass du die mittellosen, barfüßigen Hürden siehst, wie sie sich gegenseitig überbieten, in was? Im Hochbauen von hohen Gebäuden. Das ist eine Sache, die heute passiert ist. Schaut euch die mittellosen Hürden an, von vor 100 Jahren, ihren Nachkommen heute, bauen die höchsten Gebäude der Welt und überbieten sich selber. Barj Khalifa, dann Semsem Tower, dann dieses, dann jenes, genau auf der arabischen Halbinsel. Wer hätte zur damaligen Zeit wissen können, auf die Idee kommen können, dass irgendwann Leute kommen und mehrere hundert Meter hohe Gebäude bauen, mitten in der Wüste? Und wer macht das? Nicht irgendwelche Könige, der König von Persien, der Führer der Byzantiner, nein. Nein, die mittellosen Leute machen das auf einmal. Das sind solche Zeichen, die gekommen sind. Es gibt viele kleine Zeichen, wie ich schon gesagt habe. Zum Beispiel, seine Entsendung gehört zu den kleinen Zeichen. Sein Tod, die Eroberung von Jerusalem durch die Muslime, hat er vorhergesagt. Dann die Fitna, die Versuchung, die Unruhe zwischen den Gefährten nach dem Tod von Usman. Die Vereinigung der Umma danach, Eroberung von Konstantinopel, Istanbul. Das war damals eine Hochburg der Christen. Die Muslime waren so ein kleines Grüppchen. Der Prophet Al-Israel hat das vorausgesagt und es ist genauso passiert, wie er gesagt hat. Dann, dass falsche Propheten auftreten werden, als Beispiel. Und viele, viele andere auch.